Die Verwaltstube, geführt von der Familie Ferner, zählt zu den höchstgelegensten Haubenlokalen Europas und wurde am 5. September zum bereits 26. Mal zum Treffpunkt der internationalen Wein- und Spirituosen-Szene. Haube haben wir schon seit 20 Jahren und letztes Jahr haben wir die zweite bekommen und das macht Freude. Das ist gut für mich und gut für die Gäste und die Leute mögen das. Es ist halt schön. Die Veranstaltung hat ursprünglich mal begonnen als kleine Runde an einem Sonntagnachmittag in der Verwaltstube. Und mittlerweile ist es natürlich immer gewachsen, Jahr für Jahr. Und heute sind wir natürlich stolz, dass wir die gesamte Infrastruktur des Bergrestaurants Galzig nutzen können für unsere Veranstaltung. Über 40 Winzer und Hersteller nutzten diese Bühne, um den rund 640 geladenen Gästen aktuelle Jahrgänge und Neuheiten vorzustellen und von der Qualität ihrer Produkte zu überzeugen. Das Galzig-Event bei Morantel ist das Jahres-Event für unseren Weinbaubetrieb. Top-Gastronomie ist da und wirklich sehr, sehr viele Kunden. Und wir sind jahrelang schon hier und für uns ist das eine sehr, sehr wichtige Verkostung. Einfach mal schauen, was gibt es Neues und mit den Mitarbeitern ein paar Weine verkosten. Die Weinkarte neu schreiben, ein bisschen neu orientieren, alles ein bisschen probieren und vor allem viele Kollegen treffen. Überzeugt zeigte man sich am Galzig besonders von der Top-Qualität heimischer Weine. Mittlerweile ist es sehr, sehr schön geworden, dass man auch internationalen Gästen unsere tollen österreichischen Weine, die überall mithalten können am internationalen Markt, darbringen kann. Das Konsumverhalten als auch die Trends rund um den Weingenuss verändern sich permanent. Die Trends gehen bei Weißweinen auf jeden Fall. Runde, harmonische Weine weg von der Säure. Die Leute wollen praktisch genießen und was trinken. Und auch bei den Weißweinen, die Weine können ruhig ein bisschen älter sein, weil sie sind harmonisch. Und die Essensbegleiterweine werden immer mehr.